Meine Damen und Herren, willkommen heute zusammen bei MyFrodenZoey. Ja, ganz, 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 schnell. Ähm, ich wollte nur sagen, morgen kommt nur zu 10% zur Horkinette, weil meine Eltern nie tanzen gehen. So, ich bin ein bisschen genervt, das ist der achte Aufnahmeversuch auf diesem Bi-B-Handy. Ähm, ja, das ist, boah, da kann man kotzen. Echt. Äh. Warum? Meine Eltern gehen nicht tanzen, weil morgen der Tanzwettbewerb ist. Ähm, und ja. Und übrigens, ich sag euch, wenn ich 20 Abonnenten hinkriege, oder sogar mehr, ab 20 Abonnenten mache ich ein ganzes Video mit Facecam. Ein ganzes Video mit Facecam. Ein ganzes. Und ich spiele dazu ein Horrorspiel. Ich spiele Five Nights at Freddy's mit Facecam. Egal welches, schreibt es in die Kommentare. Ich spiele es mit Facecam. Wenn ich 20 Abonnenten habe. Wenn ich 20 Abonnenten mehr als eine Woche habe, mache ich das. Vorher lohnt es sich für mich nicht. Ne, sonst. Hinter. Ne, 19. Ne, 18. Ne, 17. Ne, hab ich keinen Bock drauf. Ähm, also. Sprech, wenn ich 20 Abonnenten habe. Also, wenn ich 20 Abonnenten habe. Dann werde ich ein Video, ein ganzes, komplettes Video, werde ich mit Facecam machen. Mit Facecam. Und dazu, dazu, also ich werde spielen dann Five Nights at Freddy's. So, den Teil müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Da weiß ich nicht, wer ich nicht spielen soll. Aber, 20 Abonnenten müssen eine ganze Woche lang bestehen bleiben. Ich löse das sogar auf, dass im Februar keine Videos kommen. Vom 1. bis 25. An dem Tag, wo eine Woche verstrichen ist, wenn ich 20 Abonnenten habe. Dann löse ich den Tag auf. Mit, von, keine Videos. Dann mache ich an dem Tag ein Video. Egal, ob meine Eltern da sind oder nicht. Dann mache ich eins. Mit Facecam. Mit fucking Facecam. Äh, mit, also, Entschuldigung. Mit, äh, mit Facecam mache ich das ein. Und dazu werde ich spielen Five Nights at Freddy's. Egal, welcher Teil, schreibt es mir in die Kommentare, welcher Teil ich spielen soll. Der Kommentar, wo Five Nights at Freddy's Teil draufsteht. Okay, die natürlich, die man auf dem Handy spielen kann, bitte. Ähm, den Teil, der meisten Likes hat. Den man auch auf dem Handy spielen kann. Von Five Nights at Freddy's. Werde ich spielen mit Facecam. Wenn ich eine Woche, kann auch ab heute sein. Es könnte passieren, dass hier auf einmal steht, dass ich auf einmal eine Benachrichtigung komme. Ja, mittlerweile habe ich 17. Ja, ich weiß, wer mich deabonniert hat. Ist aber noch nicht so schlimm. Egal. Ähm, wenn hier eine 20 steht, wenn hier oben eine 20 steht, werde ich benachrichtigt. Und von dem Tag, wenn ich benachrichtigt werde, werde ich die Tage zielen. Sprich, wenn ich jetzt die 20 Abonnenten knacken will, würde ich um einen, ja gut, okay, stimmt nicht. Äh, würde ich den Tag nicht mehr mitzählen, weil der ist ja schon fast rum. Aber dann den nächsten Tag. Also wenn ich jetzt die Benachrichtigung kriegen würde, für 20 Abonnenten, dann würde ich ab morgen zählen, eine Woche. Also sieben Tage, ne, plus Sonntag gezählt. So, als würde irgendwann im Februar, wo ich gesagt habe, ich mache im Februar kein einziges Video, wird ein Video kommen. Weil, das ist das 20 Abonnenten Special. Ja. Und übrigens, ich kriege bald, äh, ich kriege bald einen, äh, Monatsrückblick, äh, Überblick. Wenn ihr mir wollt, kann ich dazu auch gerne mal ein Video machen. Wenn ihr mal wissen wollt, ja, was habe ich denn so gemacht und, äh, was steht alles in dem Monatsrückblick drin. Den habe ich übrigens angefordert, ähm, dass ich den bekomme. Und, äh, ja, ich mache gerade das Bett, warum nicht, äh, das Bett von meinen Eltern, warum nicht für Monatsrück, man kann nichts sagen, zu laut sprechen. Max, runter! So. Äh. Auf jeden Fall, ich schwöre euch, ich mache dann, ne, ein, das Video mit, also fast meine Trace plus FaceKit. Also, seht ihr, wie ich mich erschrecke. Und wer es kann, macht dann ein Best-of-Eschreck. Warte, wie man es nennen möchte. Lilly, nein! Nein! Du kannst mir mal die Eier küssen. Lilly, heute kommst du nicht rein. Also, ich lasse ihn hier an. So. Ähm. Nicht die Eier, die ihr denkt. Und muss sie reinlassen, Mann! Ja, komm rein! Komm rein, Süße! Ach, Mann, Lilly. Ähm. Lilly ist übrigens meine alte Katze, die zum Nachbarn wechselt ist. Egal, ähm, dann mach ich, ich halte mein Versprechen, das wisst ihr. Ich hab das auch mit der Verlosung gehalten. Äh, gehalten. Wenn ihr wissen wollt, vielleicht zeigt man nur ihr... Also, vielleicht sagt man nur ihr der Bohnert mal was. Ähm, in irgendeinem, äh, in irgendeinem Video. So. Und weil ich keinen Stimperzell oder sowas drauf hab, äh, könnt ihr doch gucken und ich weiß nicht, wie man das mit YouTube, nur mit YouTube bearbeiten soll. Das ist dann da eine Stimme. Äh, 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 äh. Das geht nicht. Ähm. Äh. So. Äh. Ja. Ich werde kein Intro und kein Outro reinhauen, weil ich hab da heute keinen Bock mehr drauf. Ich hab da wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich geh gleich ins Bett. Guck Gronkh. Überleg ich guck Fallout im Moment nochmal. So ein zigtausendmal, wo ich Fallout bei Gronkh. Aber das ist einfach das geilste. Fallout bei Gronkh ist das geilste Fallout. So. Äh. Wenn ich fertig bin mit dem Bett, bin ich auch fertig sein mit dem Park. Also. Äh. Ähm. Ich werde das auch so benennen, hoffe ich. Was kann ich auch benennen? Special Ankündigung. Will ich es nennen, glaube ich. Und übrigens, ich bin bald jede, jede Menge alleine. Glaubt ihr. Und dann kommt The Walking Dead. Ein Part nacheinander. Ich schwör's euch. Aber ich weiß noch nicht, ob das nächsten Monat schon passiert. Vom 1. bis 25. bin ich ja erstmal richtig im Stress. Da muss ich ja Konfrontationseinladungen schreiben. Ich muss die alle selber. Boah. Jede Einzelne etwas anders als die andere. So. Und das sind. Ich muss 15 Einladungen raushauen. 15. Rechnet euch mal aus. Boah. Wie. Und welch. Und wie viel. Ja gut. Egal. Rechnet euch mal aus. Wie viel. Ich dann machen muss. Wie viel Einladung ich selber dann. Machen muss. Für 15. Ja. Kann uns Familien nennen. 15. Freunde. Bekannte. Whatever. Äh. Ich bin jetzt fertig mit dem Bett machen. Ich lebe mir jetzt immer ein eigenes. Also muss erst mal richtig schön machen. Weil mein Bruder war ja hier. Hat er in meinem Bett geschlafen. Und äh. Ich zog. Ja zog ich noch ein bisschen Stardew. Mit mir. Boah. Was haltet ihr von dem Deal? 20 Uhr hinten. Dann kommt ein Video mit Facecam und äh. Five Nights. Five Nights at Free. Was haltet ihr von dem Deal? Schreibt es in den Kommentare. Leider schon 11 Minuten. Es tut mir leid. Bis dann. Ciao. Mit. Bis dann.